So, ich bin ein bisschen von meinem Plan abgewichen, deswegen muss ich jetzt ganz kurz überlegen, wie ich jetzt weitermache. Ich weiß, ich weiß. Ich mach nochmal so einen Text mit Musik, würde ich sagen. Und zwar habe ich diesen Text, ihr kriegt jetzt mal meine gefühlslosige Seite mit. Und zwar habe ich diesen Text für eine Freundin geschrieben, die ganz große Probleme hatte, sich von dem Typen, der es irgendwie schwierig, sagen wir es mal so, irgendwie doch nicht so ernst mit ihr meinte und nicht trennen konnte. Es ist ja auch immer so dieses Typische, das kennt glaube ich jeder, sich nicht lösen zu können und keiner weiß genau, warum eigentlich ist das so. Und dafür habe ich diesen Text geschrieben. Matthias, bitte Musik ab. Wie gesagt, später geht's noch um Sex, keine Angst. Könnt bleiben. Bleibt nicht so. Ich mache einen Schritt auf Asphalt, barfuß. Zucke leicht zurück, bevor Stück für Stück der Auftritt sich bestärkt. Kleine Sandsteine und Dreckklumpen schwiegen sich zwischen meine Zehen. Es schmerzt und kitzelt zugleich. Jede Berührung mit dem Boden zieht sich durch den Körper. Ich merke, wie sehr ich es brauche. Die Wahrnehmung. Und ich kann nur wahrnehmen, wenn ich etwas spüren kann. Doch mir fehlt das Feedback. Du bist es, der mich hetzt, der mich treibt. Das Gefühl, nicht zu genügen, ist schlicht ungenügend. Mein Körper bewegt sich und meine Seele bleibt stehen. Und ich bewege mich Schritt für Schritt auf Asphalt, barfuß. Gucke gequält zurück, bevor Stück für Stück der Auftritt sich bestärkt. An einer Hecke strecke ich meinen Arm aus und lasse Blätter und Äste raschelnd mich streifen. Füße und Hände fühlen nun gleich. Mein Blick gehört der Sonne. Gerade taucht sie ihre müden Beine in ihr Refugium. Ihr Horizont. Ich schwimme auf ihren flimmernden Strahlen und tauche ein in einen Moment voller Vollkommenheit. Dort will ich bleiben. Der Kopf wird streiken, doch der Bauch lässt es nicht zu. Ich schrecke auf aus dem Moment des Gefühls. Intensiv, niemals perfekt und dann noch besonders. Du warst meine Kindersicherung in der Steckdose. Und mein Schritt stockt auf Asphalt. Barfuß. Drückt im Fußabdruck, bevor Stück für Stück der Auftritt sich bestärkt. Ist jetzt meine Zeit für Selbstsicherheit? Wie in Trance laufe ich durch die Welt und stelle fest. Der Herbstgeruch im letzten Jahr war schöner. Die Luft wog mich in Wohlgefühl, das Drumherum in Unerschütterlichkeit. Neben mir zu groß zu wirken war undenkbar, denn du machtest mich riesig. Meine Augen ziehen dem Strom des Flusses nach. Ich beneide ihn um den klaren Weg, den er mit Nachdruck verfolgt. Ohne Zweifel, ohne beirrt zu sein. Buntes Laub rieselt auf mich herab, streichelt meine Wangen und Schultern, bevor es vertrocknet am Boden liegend endet. Wieder ein Widerspruch des Lebens, was durch Trennung fällt, tröstet mich. Und mein Fuß macht ein Geräusch, er fast fällt. Barfuß. Geduckt, mein Blick verrückt, bevor Stück für Stück der Auftritt sich bestärkt. Ein Schritt in die Tiefe begleitet von Lärm. Der mittlere Bahn steigt und meine Füßen heilt. Ich bleibe standhaft stehen. Von beiden Seiten passieren mich gleichzeitig U-Bahn. Der Fahrtwind wirbelt meine Haare umher. Währenddessen schließe ich meine Augen und kann die Unordnung in mir kurz vergessen. Tausche Gefühle gegen Geräusche. Der Kompromiss hier auf dem Mittelweg lässt es nicht mehr wehtun. Doch Schmerz ist auch eine Form von Wahrnehmung. Tausche ich das ein, tausche ich mich ein. Und wovon soll ich leben, wenn ich nicht mehr bin? Ich verliere mich an deiner Seite. Lange standhaft geblieben, aber kann man standhaft gehen? Und ich schreite auf Asphalt. Barfuß. Schwer im Schritt, bevor Stück für Stück die Antwort sich bestärkt. Das war's. Applaus 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 Applaus